ja hallo und herzlich willkommen heute hierbei mini klangwunder und zwar möchte ich euch einen dub vorstellen und zwar handelt es sich hier um den ibasso dx 160 ja das ist der karton wo drin geliefert wird recht unspektakulär recht klein und zwar mache ich den einfach mal auf ich habe ihr das zugehör in die hülle getan wo der ibasso dx 160 eigentlich drin ist hier ist dann einfach noch ein usb c kabel mit dabei zwei protektoren für die vorderseite also zweimal display schutz und ansonsten wie man das so gewohnt ist so wird der angeliefert ja und darunter befindet sich sonst alles andere drin also nicht spektakulär auch an das statement wie ich finde denn der dx 160 der hat es einfach in sich das ist ein dub digitaler audio player für 399 euro preislich absolut attraktiv und das interessante an dem ist schalte mal ein dass man gleich mal sieht wie lange das dauert und das interessante an dem ist einfach ja der hat quasi alles drin was man so ja heute so braucht das ist ein dub der gleichzeitig bluetooth empfangen kann mit eldac aptx aac wlan hat er natürlich auch ein sehr schönes 5,1 zoll display drin quasi wenn man das hier gleich sieht hier sieht man schon weiß auch schon hoch gestartet quasi randlos also das was man von einem smartphone heute gewohnt ist ich höre ich das mal kurz rein ich will das gleich auch noch mal im detail zeigen aber nur damit ihr das mal so seht wie wie schnell der auch bootet ja ich habe lautstärke rädchen hier an der seite in gold eingefasst sehr schlank sehr dünn gefällt mir sehr gut lässt sich mit dem daumen auch super erreichen ja und die tasten zum bedienen sind ebenfalls hier an der seite unter der hülle auf der anderen seite sehen wir hier die dsd karten schlitz für die micro sd karte eine kann er leider nur aufnehmen und an der unterseite habe ich hier die beiden klinke buxen und zwar ist hier das interessante eine 3,5 meter unbalanced klinke buxen und eine 4,4 mm balance buxen also im pentagon stecker passt hier dran ja was gibt es hier noch so zu sagen der ich muss mal die hülle abwachen dass man das ein bisschen besser sehen kann der ist von der verarbeitung absolut grandios ich habe mal die hülle abgemacht hier oben habe ich gerade vergessen usb c mit dem power taster so und jetzt kann man es vielleicht schon sehen hinten glas ja ich versuche mal so ein bisschen spiegeln zu lassen und achtet mal auf die kante hinten zwar diese hier meine ich die ist sehr schön lang gezogen also gebogen das heißt wenn ich ihn so in hand habe das ist das richtig das richtige handschmeichler das richtig genial also der hat 178 gramm ohne hülle 196 gramm mit der silikonhülle auch sehr leicht noch und von den maßen her würde ich jetzt mal so sagen deutlich kleiner noch mal als jedes smartphone was man heute hat absolut hosentaschen hosentaschen tauglich ja von dem maßen her die habe ich jetzt gerade nicht im kopf die blende ich einfach mal ein dann bin ich auch die nicht mehr schuldig ich packe den aber trotzdem mal wieder in die hülle rein und zwar das jetzt einen einfachen grund ich möchte euch gleich zeigen wie der so von der draufsicht ist wie er sich bedienen lässt und damit er nicht so auf dem untergrund hin und her rutscht macht sich die silikonhülle einfach deutlich besser ja ich habe vorhin so ein bisschen angefangen ein paar spezifikationen zu benennen ich bin dann wieder gesprungen das kennt ihr von mir so viel gibt es eigentlich jetzt gar nicht zu dem noch weiter zu sagen da sind zwei dax drin von cyrus logic ich finde die klingen super auch wenn das jetzt keine hi fi ak oder von ess sabre die flagschiffe nicht sind aber der kostet 399 euro und der hat einen richtig guten klang die saris logic dax die habe ich sonst auch selten gehört ich muss lügen ich glaube ich habe die vorher noch gar nicht gehört in end up angetrieben wird der von einem acht kern prozessor zwei gigabyte ram sind drin ist aber deutlich also ausreichend für das was er machen soll ich habe ja auch noch ein paar apps drauf habt ihr vielleicht schon gesehen google chrome zum beispiel ist da drauf also ich kann mit dem surfen während ich musik höre alles ruckel fly überhaupt überhaupt kein kein problem das zugleich zu machen was denn ich hat google dienste sind nicht installiert das heißt google musik ist da nicht gut benutzbar ich glaube da kann man nur die musik die auf dem play ist mit hören aber nicht online ansonsten gibt es einen apk store da sind teile installierbar da ist kobus installierbar das habe ich aber auch nicht ausprobieren können weil mein test account nicht mehr gültig ist beziehungsweise ich auch keinen neuen bekomme installieren lässt es sich es wird halt angeboten spotify auf jeden fall und amazon music also die beiden spotify amazon music funktionieren wunderbar hiermit muss ich ganz ehrlich sagen ja von der leistung der macht bei 4,4 millimeter sprich mit pentagon ausgang symmetrisch bis zu 6,4 volt spitze spitze und im unbalanced modus 3,2 volt jetzt sagt das soll die leistung erstmal nichts aus und albasso hält sich da auch ein bisschen bedeckt die technischen angaben die habe ich auch in meinem ticke in meinem artikel stehen die sind ja ich sage jetzt mal so nicht unbedingt direkt vergleichbar mit anderen dubs von anderen herstellern und deswegen kann ich erst mal nur so viel dazu sagen ich habe mich echt gewundert was der leistet mit meinem den klark audio ion flow 2 closed und auch den oben habe ich zu hause habe ich den gehört und zwar echt ja sehr ausgiebig und da muss ich ganz klar sagen das ist der hammer was dieser player an leistung drin hat da braucht man sich nicht überlegen muss ich ein wechselmodul haben ich möchte fast sagen dass man wenn man auf leistung guckt sich so ein dx 200 aus von albasso oder 220 wegen der leistung eigentlich gar nicht mehr kaufen muss außer möchte natürlich wechselmodule haben mit verschiedenen anschlüssen aber ich sage mal dreieinhalb 4,4 mm braucht man das noch also was albasso hier mit dem dx 160 gelungen ist auf den markt zu bringen für das schmale geld das ist wirklich atemberaubend so könnte ich es eigentlich sagen ja so details so kleine da könnte man jetzt sagen geschenkt aber eigentlich nicht in der silikonhülle da einen schlitz rein zu machen dass ich jederzeit die sd-karte rein und raus nehmen kann naja das macht auch nicht jeder und selber rein drücken und reinschneiden sieht doof aus also die kleinigkeiten die passt doch alles bei der silikonhülle ja die ganzen knöpfe lassen sich super bedienen die sind ausgearbeitet ich habe sogar hier so eine art schutz für das lautstärkerad das heißt wenn ich das hier bediene komme ich nicht einfach aus versehen auf fehlbedienung auch wenn eine hosentasche ist ganz toll gemacht ja bevor ich jetzt aber noch so im trockenen viel mehr erzähle würde ich sagen jetzt komme ich mal ein bisschen zu den details wie das ganze sich bedienen lässt damit ihr euch das selber angucken könnt das war sozusagen jetzt der erste teil der zweite folgt jetzt im anschluss ja und da bin ich jetzt mit dem albazzo dx 160 in der hand ich versuche das jetzt so zu machen dass ich hier in der hand diese nahaufnahme machen das liegt einfach daran dass ich hier von den lichtverhältnissen sonst so viel spiegelung bekommen und ihr dann letztendlich gar nichts mehr seht ihr seht auch schon als erstes man sich zu lange zeit lässt dann blendet er das ganze wieder aus um energie zu sparen jetzt habe ich den glaube ich auf fünf minuten gestellt jetzt sollte er nicht mal so weiteres ausgehen aufgefallen ist mir schon hierbei wenn ich hier oben nur ganz leicht an die taste komme die ist sehr einfach zu bedienen hier oben die power taste dann hat das sofort einfluss display geht mich dann aus das ist leider nicht ganz so super gelöst wie ich mir das gewünscht hätte aber gut da muss man sich dran gewöhnen ich gehe mal hier einen schritt raus das geht ganz normal indem ich entweder hier oben in das android menü gehe oder hier unten sieht man schon die tastenfelder die android ganz normal bereit stellt so hier bin ich auch auf dem ja main screen ich habe hier die möglichkeit widget zu erstellen ich habe natürlich jetzt ein widget erstellt wo ich den player sehe und hier sehe ich halt die ganzen apps die installiert sind so der apk store der ist von vornherein vorinstalliert ja ich sehe jetzt hier netzwerk fehler das ist klar ich habe den jetzt gerade nicht im netzwerk eingebunden den player das gleiche ist bei google chrome der fall ist auch vorinstalliert genau oder doch netzwerk gucken wir mal schnell ob wir was hinkriegen kann ich euch ja gleich mal zeigen ob da was geht ja ich habe hier den fritz repeater und da gebe ich jetzt mal schnell das passwort ein so nachdem ich jetzt die passwort eingestellt habe und mich auch ganz normal im internet bewegen kann via wlan seht ihr schon ich habe hier einen test aufgerufen da sieht man auch so ein bisschen wie der ganze player im google chrome scrollt das ist natürlich jetzt nicht unbedingt genauso so hervorragend wie auf dem smartphone aber was ich hier kurz zeigen wollte ist der text wie er dargestellt wird auf dem display ist absolut scharf und super lesbar ich kann aber auch um energie zu sparen hier beim display zum beispiel von 1080p auf 720p runterstellen inwieweit das nun wirklich energie spart das kann ich euch tatsächlich nicht sagen das soll angeblich helfen aber inwieweit das helfen soll ob es da nun ein oder zwei stunden mehr gibt das zweifle ich erstmal denn wenn ich musik höre da habe ich für gewöhnlich das display auch nicht immer an so selbst von 720p ist hier die auflösung sehr sehr gut vom text her auch alles schön zu erkennen da gibt es nichts da brauche ich nicht mehr ich gucke mal dass ich euch mal das display vielleicht noch ein bisschen besser zeigen kann also details die farben das ist alles sehr schön dargestellt für die ps display also es wirklich eins der deutlich besseren displays was ich bis jetzt in dubs gesehen habe 95 prozent srgb farbraum soll das wohl abdecken das ist schon sehr gut ja so spotify starten auf spotify sollte jetzt eigentlich auch funktionieren ja da sieht man schon was ich zuletzt gehört habe gut ich bin jetzt offline sagt an mir mit dem netzwerk ist das jetzt hier nie so toll von daher alles ein bisschen langsamer aber wie auch hier seht alles sehr schön flüssig ja ich kann wirklich gut durch scrollen gut jetzt sagt er wieder schief gelaufen klar mit meinem telefon ist er verbunden das macht er schon automatisch schalten bluetooth aus mir war jetzt erstmal wichtig zu sehen dass die apps da drauf laufen wie das ganze aussieht wie ich finde ist das wirklich hervorragend von ibasso hier mit dem dx 160 umgesetzt also richtig 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 gut auch dritt musik apps wie diese hibbi musik app kann ich einfach installieren laufen lassen funktioniert auch super das scannen dauert komischerweise mit der hibbi app deutlich geht deutlich schneller als mit der hauseigenen mango player app dauert sogar nur ungefähr halb so lange aber muss ich auch dazu sagen wenn ich mit der hibbi app musik höre und dann im hintergrund viel mache dann kann es sein dass die anfängt zu stocken dass die musik auch nicht unbedingt unbedingt flüssig läuft da sollte man lieber die mango player app nehmen wurde beendet die öffne ich jetzt mal da dauert zwar einmalig das scan etwas länger aber wenn man sich das hier anschaut es ist recht einfach gehalten als app ich kriege hier alle angaben zum lied wenn ich hier drauf gehe ich habe hier oben meine playlist beziehungsweise ich kann mir das aussuchen alle musik oder nur die alben die kann man sich noch passend sortieren lassen das kann ich hier oben machen ich kann sagen was angezeigt werden soll ja wie ich sortieren lassen soll ich sage hier nach ordner soll er mir das alles sortieren so möchte ich das haben ja und dann kann ich hier einfach sagen ich möchte mir diese 300 bosser angucken und dann sehe ich hier gleich die ganzen songs und sage jetzt einfach mal abspielen kann hier unten das ganze wieder nach mehr groß ziehen und schon habe ich hier den zugriff auf die musik die auf dem dub installiert ist also wirklich super gemacht hier oben fahre ich mir das menü rein hier sehe ich ich kann gapless benutzen also ohne dass es pausen gibt im lied low high gain einstellen die modi der abspiel reihenfolge kann ich einstellen also alben wiederholen einzel lieder wiederholen zufällig spielen oder wie hier alles nacheinander weg und das hier ist ein kleines highlight der equalizer jetzt seht ihr zwei bereiche ich habe einmal diesen grafischen equalizer wo ich hier sachen auch selbst einstellen kann was noch viel genialer ist ich habe hier unten einen parametrischen equalizer ich kann bis zu fünf filter so wie ich das haben möchte einstellen das heißt ich kann mal hier einfach den punkt nehmen und könnte den jetzt hier so so ziehen und dort einfach meinen filter wie es haben möchte einstellen hier steht der gainfaktor 10db drin kann im zweiten einstellen hier so als punkt und kann mir genau aussuchen wo was passieren soll und daraus ergibt sich dann natürlich eine ganz andere klangeinstellung als wie ich das nur möglich habe bei einem 10 band equalizer und das ist schon wirklich richtig genial denn so kann ich quasi jeden kopfhörer den ich habe ja ausmessen den genauso einstellen bei der frequenz wo ich meine dass der da nicht so optimal spielt bei dem 10 band equalizer ist das natürlich nur in gewissen grenzen möglich da bleiben wir noch mal in dem menü hier ich kann natürlich links und rechts einstellen ich glaube plus minus 6 db war nass hier die digitalen filter wie fast roll-off short delay slow roll-off dann haben wir noch short delay fast roll-off und slow roll-off ich lasse den immer hier auf fast roll-off stehen und ansonsten auf erweitert habe ich dann die möglichkeit den usb-dack hier einzuschalten das heißt jetzt hänge ich den anderen computer einfach per usb-kabel dran und dann ist der im duck modus muss ich nur hier einmal auf duck on drücken fürs einschlafen kann ich auch einen sleep timer einstellen gehe ich hier auf an und dann kann ich hier sagen wie lange drei stunden dann geht er von alleine aus als beispiel ja scannen natürlich intern externe karte drücke ich drauf dann scannt er die karte ganz komplett neu und als system info wird mir hier angezeigt was es für ein gerät ist 21 gigabyte noch frei von 26 ich habe auf der karte 106 von 167 frei version 2.24 also so die die eckdaten werden noch mal angezeigt ja das ist auch schon die ganze player app da ist nichts besonderes dran die erklärt sich weitestgehend von alleine und das finde ich ehrlich gesagt gut nicht überfrachtet sehr einfach bedienbar aus meiner sicht mehr braucht man wirklich nicht und es funktioniert und das ist das wichtigste egal was ich nebenher mache wenn ich musik abspiele kann ich fast jede andere app nein ich kann jede andere app laufen lassen ich habe null probleme dass es irgendwie stottert es kann sein dass die chrome app dann ein bisschen ruckliger wird wenn ich mir seiten angucke und das spricht aber wieder für den dx 160 das spricht nämlich dafür dass die ein richtig gutes ressourcen management haben und zwar dass der mango player auch immer ein bisschen bevorzugt ist dass es eben keinen einfluss hat auf die musik die ich höre wenn ich im internet noch surfe ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen zum player ich habe hier noch ein file manager da könnte ich jetzt hinterher kopieren ich kann nämlich mit dem player auch den als usb laufwerk sozusagen benutzen an einem computer und dort auch dateien über den us also über den über das usb kabel direkt auf die sd karte hier spielen ich kann aber auch so von der sd karte mit dem datei manager ohne computer musik einfach auf die die in te auf den internen speicher drauf kopieren oder andersrum das geht natürlich auch ja ansonsten sehen wir hier die ganz ja normalen symbole wenn ich die hier runter ziehe hier schalte ich den dreieinhalb zoll dreieinhalb zoll ist gut klinke dreieinhalb millimeter um in spdiv oder eben geregelten oder ungeregelten audioausgang flugmodus gibt stream mit dem gerät kann ich auch wenn ich dllna verbindung habe ich habe noch die möglichkeit wenn man hier ins menü geht genauer mir anzugucken welche gerät ich schon bei bluetooth verbunden habe die akku anzeige wird mir angegeben ich kann hier auch energie sparmodus einschalten ich kann den ruhe zustand einstellen maximal 30 minuten was ich hier nicht einstellen kann bei dem player das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden und zwar wenn ich sagen wir mal zwei stunden lang den ich benutze würde ich gerne den instant bei schalten das funktioniert nicht das hat er noch nicht ich hoffe da auf eine auf ein software update dass er das irgendwann kann aber ansonsten muss ich einfach daran denken dass ich hier oben länger auf die taste drücke um dann zu sagen schalte aus und fahre runter ja anders als sonst kann ich euch und will ich euch jetzt auch gar nicht viel mehr zu dem player zeigen ich habe mir mal gedacht in der kürze liegt in dem fall mal die würze ihr habt eigentlich alles gesehen ich kann euch noch mal so ein bisschen drum herum zeigen wie der aussieht mit der silikonhülle wie ich finde auch sehr schön auch hier hinten das glasrückseite sehr gut geschützt ja ich habe das diesmal etwas anders gemacht wie sonst ich habe euch den player quasi jetzt gezeigt völlig alleine ohne dass ihr mich noch mal seht ich habe das mal versucht nur mit einer kamera zu lösen und auch zügig zu machen ich wollte das ganze auch nicht künstlich in die länge ziehen ich denke so wie ich es gesagt habe zwischendurch ihr seht was der player kann wie der bedient wird wie flüssig der läuft natürlich habe ich jetzt nicht gezeigt wie ich die karte einlese aber da müsst ihr mir einfach glauben dass wie ich schon gesagt habe das einlesen mit der mango player app jetzt nicht unbedingt das schnellste ist aber dafür werden die ressourcen sehr gut verteilt sprich wenn der mango player läuft habe ich nicht einmal das problem gehabt dass es da zu irgendeinem ruckern oder stocken kommt ja vielleicht sind die daten insofern wichtig 90 gigabyte 6800 und ein paar kaputte dateien hat der player mit der mango player app in 2 minuten 30 eingelesen von einer 200 gigabyte karte und die hibbi app die hier drauf ist hat das ganze in 1 minuten 15 geschafft also die halbe zeit das ist interessant dass das genau die hälfte ist ich kann mir das nur so erklären dass wie ich schon gesagt habe das ressourcenmanagement bei dem mango player wenn der läuft ein bisschen anders verteilt wird dass da eben möglicherweise mindestens die hälfte der ressourcen für eine musikwiedergabe permanent reserviert ist weil mit dem hibbi player habe ich es tatsächlich schon gehabt dass ich wenn ich viel hier mit mir beigemacht habe dass ich da schon mal so ein kleines akustisches ruckeln hatte also dass der wirklich kurz gestockt hat das ist natürlich nicht schön wenn man den den player nimmt und ein bisschen im internet noch surft sollte man vielleicht nicht machen aber der kann es halt dann mache ich es vielleicht auch damit und nehme nicht nur das handy dazu dann sollte aber auf keinen Fall die musik in irgendeiner art und weise dadurch beeinträchtigt werden mit dem mango player ist mir das überhaupt noch nie passiert und da muss man einfach wissen ob man dann auf so oft liest man die karte ja auch nicht ein ob man dann einfach sagt okay komm wie gesagt es war 90 gigabyte jetzt rechnen wir mal hoch der hat so eine komplette 400 gigabyte karte in 10 minuten eingelesen 2 terabyte kann der irgendwann mal wenn ich so eine karte reinstecke na her Gott dann dauert es halt eine stunde oder ein bisschen länger wie gesagt das mache ich ja nicht so oft ja ich will es jetzt auch hierbei bewenden lassen würde mich freuen wenn ihr ein Abo da lasst wenn ihr mir sagt ob euch das Video gefallen hat ganz spontan einfach ein schnell gedrehtes Video noch wenn ich den heute noch wegschicken möchte den player ja es hat mich gefreut dass ihr dabei wart wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin tschüss und bye bye bis dahin 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 Vielen Dank.